Meine Freunde, auf der Suche nach einer flachen Erde, ich bin ja schon ganz vorsichtig, dass ich das Wort so halb leise ausspreche. Das Video vom Jules geht ziemlich durch die Decke und wir wollen es uns mal gemeinsam anschauen. Wenn dir das Video gefällt, lass mir doch gerne ein Abo da, lass mir doch gerne ein Like da. Und wir sehen uns auf jeden Fall jetzt hier in dem Video und ich würde sagen, wir springen direkt mal rein. Der Beginn von allem, der Urknall, der das Universum erschuf, so wie wir es heute kennen. Nach dem Urknall sind riesige Galaxien aufgeblüht, Sterne sind entstanden. Ich glaube, ich weiß jetzt schon was daran, warum voll viele das so hypen, gell? Das ist ja echt knuffig gemacht, so richtig schön mit Animationen und hier und einfach total simpel, aber dann auch noch cool. In allen möglichen Formen und Materialien, chemische Elemente haben sich gebildet. Die ersten Lebensformen haben unsere Erde betreten und vor ca. 230 Millionen Jahren dominierten dann auf einmal Dinosaurier unsere flache Erde. Oh nein, oh nein, und es geht los. Doch kam irgendwann ein mächtiger Komet und warf alle Dinos mitsamt ihren Familien von der Erde runter. Geil, oh man. So sieht es aus, wenn ich es manchmal esse, ey. Welche bis zu dem heutigen Tag durch unsere Galaxie schweben. Boah, das macht ja voll Sinn. Ohne Witz, das macht viel mehr Sinn als irgendwie so eine Eiszeit, oder? Komet hittet Ding die Erde, snapped nach oben, die Dinos fliegen ins All. Das macht ja viel mehr Sinn irgendwie. Die fliegenden Dinosaurier sind das, was die Menschen heutzutage unsere Sterne nennen. Irgendwann entstanden dann die Homo-Sapien. Sie fingen an mit einfach... Ey, ohne Witz, ich habe noch nie ein Video von dem Jules geguckt, geil. Aber ich schwöre es dir, mach mal einen Aluhut, ey. Ohne Witz, ich weiß gar nicht. Ich glaube, nee, ich habe keine Alu-Folie mehr. Ohne Witz ist ausgegangen. Ist wirklich ausgegangen. Ausgerechnet heute bei dem Video. Ich weiß schon, warum das so gut ankommt. Ey, das ist ja richtig geil gemacht. Spachen Werkzeugen fanden dann aber wertvolle Materialien auf der Unterseite der Erde, mit denen sie sich immer weiterentwickeln konnten. Kriege sind ausgebrochen, weil böse Menschen noch bösere Dinge tun wollten. Okay, kommt jetzt, Alter. Welche... Wie viele Verschwörungstheorien kriegen wir in ein Video rein? Und so wurden diese einfach von unserer Welt heruntergeschubst, um weitere Schandtaten zu verhindern. Über die nächsten Jahre formte und veränderte sich die Zivilisation. Kulturen entstanden, technisch anspruchsvollere Gebäude wurden errichtet, welche man an einem sonnigen Tag allesamt problemlos in einer Reihe auf unserer flachen Erde bewundern kann. Wait, the Earth is flat. Always live. Es gibt immer einen größeren in der Nahrungskette. Chewbacca im TIE Fighter, ey, das ist ja auch mal ziemlich wild. Junge, Junge, Junge. Ne, ich wollte gerade sagen, ich kann euch mal vorstellen, warum die Videos so geil geklickt werden. Ey, das ist ja wirklich... Die sind so simpel, gell, aber die sind halt so wirklich on point. Okay, ich glaube, es ist klar, was ich sagen möchte. Die Art ist offensichtlich nicht flach, sondern sieht sie aus wie Mario. Es ist nicht sphärisch. Es ist in fact Mario-shaped. What? Es ist nur homophon und man verhört sich, oder ist das ein Typ, der meint wirklich Mario-shaped? Oder was sagt der Marble-shaped? Mario. Es ist nicht sphärisch. Es ist in fact Mario-shaped. Bekommst du heute einen Mario-Earther. Und die Erde ist ein Globus. Ein Fakt, den... Okay, eben hat er mich gehabt. 99% der Bevölkerung genau so unterschreiben würde. Doch zwischen all den ganzen Menschen auf unserer... Oh. Ist das hier Nitro-Circus? Wow. Oh, stellt euch das wohl. Bevölkerung... Das Kind ganz recht. Und die Erde ist ein Globus. Ein Fakt, den 99... Das Kind ganz recht. Was ist das hier auf dem Hut? ...prozent der Bevölkerung genau so unterschreiben würde. Doch zwischen all den ganzen Menschen auf unserer... Boah, das ist echt sick, oder? Und erst ein Kickflip. Erde. Gibt es ein paar Leute, die ein bisschen weiter gehen und behaupten, die Erde sei flach. Nun, es wäre jetzt... Sowas habe ich ja noch nie gehört, ey. Oh, das tut mir... Echt, das tut mir im Kopf, ey. Da denke ich mir, wie kannst du... Aber gut, okay. Ich denke mir immer so, was würde Neil deGrasse Tyson dazu sagen? Es ist ziemlich simpel, sich einfach... Ich weiß es. ...über ein paar dummen Leute mit verrückten Theorien lustig zu machen. Denn hinter der Idee einer flachen Erde steckt deutlich mehr Historie, als einfach nur ein paar moderne Menschen mit Alu-Hüten. Geil, das heißt also, manche Idioten haben sich in tausenden von Jahren nicht weiterentwickelt, sowas im alten Griechenland. Eine Zeit, zu der Leute noch keine geschlossenen Toiletten hatten, sich also beim Geschäft erledigen, gegenseitig in die Augen starren mussten. Warum zeichnen wir uns... Das ist weird, oder? Das ist ziemlich weird. Nicht einfach auf irgendwelche alten Keramik-Vasen und lassen. Dann würde er einfach sagen, Bro. Ja, das ist geil, Neil deGrasse Tyson ist ja mit im StarTalk-Podcast mit Chuck Nice die ganze Zeit auch immer so am Slangen und so. Da gibt es schon ein paar lustige Episoden, ja. Menschen tausende Jahre später rätseln, was wir eigentlich damit sagen wollten. Hey, das ist mein Opa. Gib ihn her. Ach, fick dich. Ohne Fick. Ey, wie gut ist das denn? Jetzt mal ohne Witz, was soll denn das uns sagen? Da liegt ein älterer Herr auf einer Kommode. Die sieht übrigens by the way aus, legit. Wie jede Ikea-Kommode, oder? Das ist doch hier... Stellt euch den Weiß vor, jede Ikea-Kommode. Also der älterer Herr liegt auf der Ikea-Kommode. Und die hier sagt so... Ey, das ist meine Lieblingsdecke. Und sie sagt... Ja. Ich nehm' Fuß. Schlampe. Okay, stell dir vor, du bist ein antiker Grieche. Machst eines Morgens deine Augen auf und plötzlich wie vom Blitz getroffen kommt dir die Frage... Hey! Wo genau in diesem Universum bin ich eigentlich? Okay. Anscheinend irgendwo in Griechenland. Denn alle haben so coole, lange und graue Bärte. Bauen Statuen von sich selber und haben unfassbar coole Namen, die alle auf Tot... Keckes Toteles. Fortnite Toteles. Teles. Aber worauf genau stehe ich? Auf, Bilder! Einem Würfel, einem riesigen Elefanten, gibt es auf dieser Welt überhaupt ein Ende? Keine Ahnung, woher soll ich das wissen? Aber eine Sache ist klar. Wenn ich in den Horizont gucke, dann sehe ich nichts außer Flache. Okay, ich hab genug. Ich sehe nichts außer Flache. Okay, okay, okay. Ui. Ey, das Video ist wirklich geil. Gesehen, die Erde ist wahrscheinlich flach. Bis zum Jahre 500 vor Christus sollte es dauern, bis irgendjemand daherkam und sich die ganze Sache etwas genauer anschaute. Warum heißt es eigentlich 500 vor Christus? Wer ist Christus? Keine Ahnung. Fick dich. Es war der Mann, dem es zu schulden ist, dass man heute in der Schule irgendwelche Formeln auswendig lernen muss. Pythagoras von Samos. A² plus B² gleich C². Ja, Mann. Habt ihr das jemals danach gebraucht? Ich nie. Ich hab mir... Ohne Witz. Ich hab mir auch überlegt, so Matrizenrechnung und so. Hab ich nie wieder gebraucht. Er sprach zu den Menschen, wenn der Mond... Ich hab jetzt natürlich auch kein naturwissenschaftliches Studium, aber... ...rund ist, dann sind wir auch rund. Nein, also die Form der Erde ist auch rund. Außerdem, was ist mit der Mondfinsternis? Ein sich langsam bewegender, runder Schatten? Man sieht unterschiedlich viele Sterne von verschiedenen Orten auf unserer Erde. Leute, ich glaube, unsere Erde ist rund. Ja. Das klang für die anderen auch ziemlich plausibel und ab da war die Erde auf einmal rund. Doch kann man das auch wirklich beweisen? Fragte ein zweifelnder Griecher aus seiner hinteren Ecke heraus und fing wütend an, mit Stein zu werfen. Ja, sagte ein Mann, der 250 Jahre später geboren wurde und einem... Discord-Bot? Auf jeden Fall. Wird gemacht. Disco... Ich hab erst ein Disco-Bot gelesen. Aber ein Disco-Bot wär auch geil. ...genauso schönen Bart bekam, wie die anderen auch. Sein Name war Eratosthenes. Ihm fiel auf, dass wenn man einen einfachen Holz... Ey, dieses Meme von diesem älteren Herren, dieses Stock-Meme, also dieses Stock-Foto-Meme, das ist so krass. Ich hab das wirklich letztens hier im Ort irgendwo auf einem Plakat gesehen. Ich glaub, das war von einer Apotheke oder so. Und dann musste ich so lachen und ich hab in mich reingekichert. Ich dachte so... Weißt du, wahrscheinlich mit so einem kleinen Kuhkopf checkt das halt niemand. Sein Name war Eratosthenes. Ihm fiel auf, dass wenn man einen einfachen Holzstock irgendwo in der Nähe einer Stadt in Südägypten um genau 12 Uhr in den Boden steckt, dieser Stock keinen Schatten wirft. Weil ihm wahrscheinlich sehr langweilig war, wollte er herausfinden, ob... So krass wie damals die Leute, das finde ich voll geil, dass sich so alles hergeleitet haben, so experimentiert haben, gedacht haben, okay, wie kann ich jetzt mit den physikalischen Gesetzen so... Wie kann ich das mir erklären, so... Was kann... Das ist krass. Genau dies in einer sehr viel weiter nördlichen Stadt um 12 Uhr auch der Fall war. Doch aus irgendeinem Grund warf dieser Stock dort einen Schatten von ungefähr 7 Grad. Hm, sind das die Schattengötter unserer übersexualisierten Mythologie oder ist das vielleicht Wissenschaft? Wahrscheinlich zweiteres, denn wenn die Sonnenstrahlen parallel auf die Erde scheinen, aber zur gleichen Zeit an beiden Orten unterschiedliche Schatten anzeigen... Kann die Erde logischerweise nicht flach sein, sondern ist sie eine runde und dicke Kugel. Und spätestens seitdem war die runde Erde ein Fakt, den die nächsten Jahrtausend... Oh, die Ritter der Kokosnuss, ne, Monty Python, das ist so geil, das Killerkannickel. Die Szene, ich glaube, das war die erste Szene, in der ich mir so richtig so als kleiner Junge den Arsch abgelacht hat. Ich weiß nicht, warum, aber die war so lustig. Ritter der Kokosnuss, legit Banger-Film. Und spätestens seitdem war die runde Erde ein Fakt, den die nächsten Jahrtausende kein einziger Mensch mehr hinterfragen sollte. Wobei man dazu erwähnen muss, dass es ab und zu natürlich noch ein paar Ausreißerkollegen... Oh, es liebt, Haukun. ...gab. Und dieser Franzose aus dem 16. Jahrhundert meinte, dass die Welt laut seinen Berechnungen genau so aussehen würde. Moment, die Karte ist nahezu perfekt, lasst mich nur noch eine kleine ändern. Okay, I admit, I did some human trafficking, but I only trafficked French people, so that's giveable. Ein... AI, AI ist lustig, ne, was du mit AI machen kannst. Das ist ein bisschen befremdlich, aber das ist doch schon, doch schon sehr funny. Ein Hawaiianer, der sich einfach ein paar Kontinente dazu... Oh, imagine, ein Energizer-Reaction-AI-Bot. Sieht so aus wie ich, ist er AI und er macht einfach so, insultet, so ab und zu mal so Sachen wie ich. Oh, das wäre eine Content-Maschine. ...zugedichtet hat, weil wieso auch nicht? Ich meine, was ist das? Wer weiß, ob ich nicht im Bot bin? Ist das überhaupt keine Karte? Wo ist Frankfurt am Main? Ja, mich von meinem zwölfjährigen Sohn entfernt, keiner kippert sich rum. Oh, wie geil ist das denn? Nein. Ja, mich von meinem zwölfjährigen Sohn entfernt, keiner kippert sich rum. Oh, da ist er, super. Ein Doktor. Da ist er, super. Die Frankfurter, ich sage ja die Hessen, gell? Aus dem 19. Jahrhundert meinte, die Erde sei eine Kuhle und Engel würden an jeder Ecke auf uns warten. Ja, das klingt ziemlich legit. Doch spätestens ab dem ersten gebauten Globus von Martin Beheim kam keiner mehr auf die Idee, an einer runden Erde zu zweifeln. Nicht mal im Mittelalter, also zu einer Zeit, als die Leute noch random Frauen verbrannten, weil sie dachten, sie wären Hexen mit magischen Fähigkeiten, die auf Zauberwesen fliegen. Was außer Hexen kann sonst noch brennen? Noch mehr Hexen! Selbst dort wurdest du ausgelacht, wenn du auf einer Burgfeier gesagt hast, dass die Erde flach sei. Du Trotter! Warum hören wir dann heute noch regelmäßig von dieser flachen Erde? Wie kann es sein, dass heute statistisch mehr Leute an eine flache Erde glauben, als es Menschen vor tausenden von Jahren getan haben? Die Antwort ist leicht. Es ist die Schuld vom Internet. Safe. Safe, Internet. Okay, es ist 2015. Das Internet boomt wie noch nie zuvor. Gruseliger Slenderman. Schreck tritt die Tür auf. War das ja in PewDiePie? Bestimmt, oder? Okay, es ist 2015. Das Internet boomt wie noch nie zuvor. Gruseliger Slenderman. War doch Pewds, oder? PewDiePie, als er noch jung war, glaube ich. Schreck tritt die Tür auf. Lustige Videos auf Wein. Free Shavaka, dude! Oh, babe! Free Shavaka, dude! Lustige Videos auf Wein. Free Shavaka, dude! Free Shavaka, dude! Oh, babe, ihr Tröppel! Und plötzlich gibt es einen riesigen Vorteil. Jeder kann seine Meinungen und Ideen komplett unproblematisch ins Internet stellen und hochladen. Der Nachteil an der ganzen Sache, jeder kann seine Meinungen und Ideen komplett unproblematisch ins Internet... Australia does not exist! Zebras sind keine echten Tiere, sondern wurden einfach irgendwann erfunden. Was? Was? Uiuiuiui. Ja, das ist krass. Aber ich glaube, manchmal weiß ich nicht, ob die Leute das einfach so mimen, beziehungsweise so weiße Scheiß machen, um irgendwie ins Gespräch zu kommen. Seid ihr bereit, die rote Pille zu nehmen und eure Sicht auf die Welt danach für immer zu verändern? Wenn die Erde wirklich rund ist, warum fahren Autos dann so und nicht so? Wenn die Erde rund ist, erklären wir das hier. Guckt durch ein Teleskop und zoomt ganz weit rein und langsam aber sicher erscheint die Minecraft-World-Border-Textur. If the Earth isn't flat, explain this. Außerdem, wenn die Sonne ein Stern ist, warum sieht sie dann nicht so aus? Ist das hier etwa ein sehr seriöses Foto? Oh, ey, also das ist ja, wir wollen mal ganz kurz, es ist ja crazy, wie viele Menschen das wirklich glauben. Ich kann es manchmal gar nicht glauben. Ich kann es manchmal gar nicht glauben. Ich denke mir dann so, kennt ihr, kennt ihr einen von denen? Also so in eurem Umfeld? Ich kenne keine einzigen. Wirklich nicht. Ich kenne keinen einzigen. Es ist wirklich das Gefühl, die gibt es nur im Internet, aber so im Privatleben oder so im Allgemeinen. Also, ich weiß nicht, ich habe jetzt noch nie ein Schild im Mannheimer Innenstadt aufgestellt und gesagt, so Flat-Earther, so meldet euch. Auf dem die NASA... Besser, nett. Gerade die Sonne wegtransportiert. Altes Nintendo-Spiel sorgt für neue wissenschaftliche Erkenntnisse in der flache Erde-Theorie. Gravitation? Wie bitte? Wenn Isaac Newton so schlau war, warum ist er dann tot? Ja. Hier zeigt er... Oh, netter Beat. The astronaut washes his hair in space. Okay. The astronaut, wie man seine Haare im All wäscht. Er hat aber gar keine Haare. Okay. Ey, 1 zu 0. The astronaut, wie man seine Haare im All wäscht. Er hat aber gar keine Haare. Okay, mal die ganzen Jokes beiseite. Es gibt wirklich Menschen, die an eine flache Erde glauben. 1, 2, 3. Wir sind crazy. Die erste Regel von Flat-Club ist, dass du nicht über Flat-Club sprechen. Es sieht so aus. Ich frage mich, warum die das so geil finden oder warum die, also das ist, wahrscheinlich ist es wirklich so dieses Zugehörigkeitsgefühl, gell? Also Menschen brauchen irgendwie so ein soziales Gefüge und wenn sie überall anders, so die Misfits sind und die Outlaws so in der normalen Gesellschaft, dann suchen sie sich eine Antel-Outlaw-Gesellschaft, so bei denen sie dann auf einmal voll normal sind. Weißt du, was ich meine? Ich glaube, so macht das Sinn. Die Erde ist eine Scheibe. Laut Harald Lesch, ey, der wird, der, 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 das ist der erste Ragequid bei Bayern Alpha Space Knight, oder? Er sagt so, so, F this, ich bin raus hier. Einer Studie aus 2018 glauben gerade meine... Ja, weil die keine Freunde haben. ...80% aller Amerikaner, dass die Erde rund sei. Heißt, du wirst reg... Was, 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 was? Ach so, ich dachte eben schon. 80% aller Amerikaner Studier aus 2018 glauben gerade mal 84% Okay, 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 ich hab mich jetzt gerade eben voll verschockiert, weil ich dachte, das wäre andersrum, aber okay, aber selbst das ist schockierend, ey Das heißt ja, dass 56% das nicht klappt, nur Spaß 80% aller Amerikaner, dass die Erde rund sei Heißt, du wirst regelmäßig im Supermarkt mit mindestens einer Person an der K- Ich hab gerade eben gedacht, so, kommt vielleicht irgendwie ein deutscher YouTuber oder so rein Ja, Sheldon Cooper ist auch cool Kasse stehen, die wirklich glaubt, dass die Erde flach ist Die Welt ist eine Kugel, aber die Experimente sagen genau das Gegenteil Im Alter zwischen 18 und 24 sind es sogar 34%, also ein Drittel eines ganzen Uni-Vorlesungssaals, der nicht an die runde Form der Erde glaubt Denn die Welt ist eine Scheibe, die besteht wiederum aus Atombomben So kann man es natürlich auch machen Brasilien, ein Land mit 7% Flat-Earfern, by the way, hat sogar einen ganzen Fußballverein, der leidenschaftlich an eine flache Erde glaubt Tschuldigung, hat es gut gepasst, aber es war nicht beabsichtigt Gut, 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 aber mit was kicken die dann mit nem Puck, mit so nem Hockey-Puck? Und jetzt stellt euch einfach vor, ihr tretet gegen eine Fußballmannschaft an und eure Gegner glauben einfach darin, dass die Erde flach ist Ich wollte grad sagen, wie machen die das? Das sind ja auch in Köln die jetzt oder so Seit dem Internet boomt der Glaube an eine flache Erde so stark wie noch niemals zuvor Und sie halten nicht damit zurück, ihr Wissen mit den anderen zu teilen Eine ganze Convention Was? Nur für Leute, die an eine flache Erde glauben Dating-Seiten für Flacherdler Du kannst du daten? Autokennzeichen und Autobemalung Facebook-Gruppen Natürlich gibt es Verschwörungs-Flat-Earth-Facebook-Gruppen Ich werde mich jetzt erschießen Flat-Earth-Bücher zum Weiterentwickeln Wow Satans Global Plan of Deception Wow Heliocentrism exposed Ey, ich, also sag mal so Das Geile ist, die haben hier, guck mal hier Was ist denn? Das ist immer so, die haben auch immer so krass reißerische Cover und alles Das ist The greatest lie on earth Proof that our world is not a moving sphere wahrscheinlich Beziehungsweise zurückentwickeln Go back, I want to be monkey Monkey You wanna hear some flat earth music? Next level, my cold flat earth model on my bezel Shut the fuck up Da hatte ich noch keine Reaction-Empfehlung dazu Diese Menschen scheinen ziemlich überzeugt von der Idee und sie sagen das nicht einfach nur so Sondern belegen das auch mit ihrer Wissenschaft Langen Internetseiten und sehr, 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 sehr vielen YouTube-Videos Okay Sechs Stunden YouTube-Content, ey, das haben wir auch noch nicht geschafft Wann, 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 wann Wann so weit ist mit der Reaction? Perfekt Direkt Experte, oder? 2015 Uhhh Ah, okay War das Ich habe mir gerade überlegt, war das ein Sony-Handy oder so? Ja, in dem die Theorie der flachen Erde ein richtiges Comeback feiern durfte Okay Also ein Comeback nach 2500 Jahren und mit welchen genialen Behauptungen sie So ein Comeback nach 2500 Jahren und mit welchen Die Karte, ey Eieieiei Ist das dein Ernst? Ey, der kriegt da jetzt mal richtig schwindelig, wenn ich mir sowas angucke Das ist echt crazy Imagine Genialen Behauptungen, sie so an den Start kommen, das erfahrt ihr nach der Werbung Ey, das ist wirklich true, die Eichhörnchen, kennt ihr das? Die landen wirklich so Behauptungen, sie so an den Start kommen, das Ne, jetzt mal wirklich, ich habe das irgendwo gelesen, dass die Eichhörnchen so landen, wenn sie irgendwo rumspringen Das erfahrt ihr nach der In dem Move, also jetzt nicht genau so, das ist vielleicht ein bisschen übertrieben dargestellt Aber so ähnlich, das sieht so aus wie, das fand ich voll krass Werbung Hey Leute, willkommen zu meinem Minecraft Let's Play Honkai Star Rail ist ein Funchi- Ich muss sagen, ich habe das auch mal gespielt, gell Niesengemachte Spielen mit ganz schön viel Hack und Slay und Slash Auto-Crash und dem gewalttätigen Nach Genshin Impact Gang mit Anime Kinder Vergiss normale Waffen In diesem Spiel sind deine einzigen Waffen riesige Hühnchen Ein XXL-Gitarrenkoffer Ein Pizzaschneidemesser Aber ich muss ganz ehrlich sagen, das ist geil gemacht, das Placement Auch hier so in dem Style, wie ihr auch die Videos macht, finde ich geil Und die gemeinsame Verbundenheit von 25 Millionen Weeps Lesbische Frauen Reicht das aus? Tools, reicht das aus? So geil einfach Ich finde das geil, weil er pusht so das Gasmetall komplett runter, gell Meinsame Verbundenheit von 25 Millionen Weeps Lesbische Frauen In der intergalaktischen Anime-Welt Größer als die kleinste Stadt in Baden-Württemberg Kämpfst du gegen ein Witten ist nicht in Baden-Württemberg Nordrhein-Westfalen In der intergalaktischen Anime-Welt Größer als die kleinste Stadt in Baden-Württemberg Kämpfst du gegen eine Mülltonne Dem unfassbar starkem dran Geld auszugeben Und den gefährlichen Cosplay-Gegnern der Hauptschulen Anime AG der 11. Klasse Stell dir ein Team zusammen aus Schütze- Alter, was ist das für ein Fiebertraum hier? Pränen und mental instabilen Anime-Waifus Wow, warum habe ich auf einmal Mental instabilen Anime-Waifus? Warum macht mich das an? Neun Reddit-Tabs auf Wow Diese Naruto-Episode habe ich aber anders in Erinnerung Mit dem neuen Charakter Archeron und ihrem riesigen XXL-Katana Bekämpfst du deine Gegner wie Zorro aus One Piece Und nur in deutlich cooler Kannst neue Freundschaften schließen Philosophische Diskussionen führen Und deine Gegner auf schmerzhafte Weise nach Argentinien vaporisieren Ich will die Conversion-Szenen von dem Placement Wie viele Leute haben sich jetzt bei Hongkai Star Raid angemeldet Nachdem sie die Werbung gesehen haben? Also ehrlich, ich könnte es verstehen Außerdem ein neues Update mit Cocktails Ein Teammates-Heilendes Soda-Getränk Ach Gott, das ist ehrenlos, ey Mir gefällt es total Bitte registriert euch über den Link in der Video Also nicht das Spiel, aber Jules Der kann das schon, gell? Also ich finde das voll geil Es ist wirklich mein erstes Mal Jules Video Aber es ist wirklich so lustig Also der hat halt eine Art das zu editieren Und so aufzuziehen Das ist halt komplett überzogen Und das finde ich aber geil Weil ich finde es voll krass gut Wenn man einfach auch jetzt wie so eine Werbung Wir rackten jetzt gerade zu einer Werbung Oder ich besser gesagt Mit euch zusammen Und ich denke mir so Aber das ist auch voll lustig Weißt du wie ich meine? Also ich finde es so schön Dass man so Sachen auch so in Videos einbindet Kann ich mir nochmal eine Scheibe von abschneiden? Für Beschreibungen und helft mir dabei Unendliches Leben Sowie unfassbar viel Reichtum zu erlangen Um Frankreich zu stürzen Es würde dem Kanal sehr helfen Und ihr kriegt 50 Stellare Jade umsonst obendrauf Werbung Ende Okay, also laut den Flat Earthers Leben wir auf einer runden und riesigen Scheibe Die Scheibe ist von einer gigantischen Kuppel umgeben Wie eine Art Glasschicht Durch die die Menschen nicht durch können Oh mein Gott, ich bin außerhalb der Kuppel Die Sonne und der Mond Welche sich beide innerhalb der Kuppel befinden Kreisen über uns am Himmel umher Und erzeugen in riesigen runden Bewegungen Den Tag- und Nachtrhythmus So wie wir ihn kennen Das war in Ägypten in der Nacht Du kannst den Sonn und den Mond zusammen sehen Das ist ein Bild von Star Was? Walkwar? Oh, was, 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 was Oh, glaubt das jemand wirklich? Das ist so hart Was? Bilder von der runden Erde, so wie sie uns bekannt ist Werden von der Regierung gefaked Und alle möglichen Parteien sind mit involviert The Illuminati, the Bilderbergs The Jesuits, the Freemasons The Trilateral Commission The Rockefellers, or say it's the Illuminati It's probably all of them Satan NASA, of course CIA Alle sind so CIA KGB CCP RTG Weltraum-Footage wird in Hollywood Studios Seit Jahren mit CGI und Greenscreens gefaked Wo es auch schlagfertige Beweise viel gibt Wie zum Beispiel rote Kreise auf Bilder mit schlechter Auflösung Photoshop, CGI, and Paintings Are you a scientist? Yes Der Größenunterschied Das ist auch geil Schlechter Auflösung Photoshop, CGI, and Paintings Are you a scientist? Are you a scientist? Are you a scientist? Are you a scientist? Yes, I have a four year degree in flat earth education From where? From myself What, ey, das ist so eine Karen, ey, oder? Guck mal hier From myself Ah, you gave it to yourself Die Herangehensweise der meisten Flachärdler ist die CTT Also nur auf das zu vertrauen, was man auch mit dem eigenen Auge sehen und wahrnehmen kann Woll, okay, es ist so wild, es ist so wild Ich stelle mir die ganze Zeit vor, dass so Leute auch wirklich so argumentieren, ne? Okay, nur das ist real, was man mit den fünf Sinnen irgendwie, was? Who do you think took this photo? You know, I didn't take it myself, so unless I took Oh, das ist geil, das kenne ich hier auch, ne? All Gas No Pracks, beziehungsweise Channel 5, ey, das ist ein geiler, das ist ein geiler Channel But myself, I can't say I know what's a real photo Do you feel yourself spinning, wobbling, gyrating? No, I'm pretty rock solid Rock solid Heißt, man guckt in den Horizont und die Erde ist flach Man steigt in ein Flugzeug, guckt raus, die Erde ist flach Jedenfalls, wenn man mit einem ganz bestimmten, spezifischen Kameramodell filmt Nikon P900 oder sogar der Nikon P1000 Ja, das ist der P1000 Was? Nee, die glauben das nicht wirklich, oder? Die glauben, dass man mit einer speziellen Kamera das sieht, oder was? 1000, das ist der P900 Ja, das ist der P900 oder der P1000 Man guckt sich Oh Gott Mit einer Lupe ganz nah einen Basketball an heißt Ja, wir reagieren auf Tools Das ist mega funny, ey, ohne Witz Ich bin gerade, ich weiß nicht, ob ich lachen soll oder schockiert sein soll Logischerweise ist er flach Oh Okay, aber dieser Burger hier wird doch genauso groß sein, wie das Auto, was da steht, oder? Der Löffel im Glas schneidet sich beim Betreten des Wassers in zwei Hälften, oder? Ich denke, ihr versteht das Problem We don't fly off the spinning globe because it's not spinning Angeblich ist die Erde flach, weil unser Wasser immer zum niedrigsten Punkt fließt und ein Globus dann dementsprechend so aussehen müsste Was? Die Argumentation ist geil Because it's not spinning Angeblich ist die Erde flach, weil unser Wasser immer zum niedrigsten Punkt fließt und ein Globus dann dementsprechend so aussehen müsste Toilet water is not flying out on people in Australia because of gravity Well, hello, it doesn't fly out of the toilet because water seeks its level Das ist Aurora Die Erde muss flach sein, weil Flugzeuge, wenn sie auf dem Weg zur... Ohne Witz, ey Der geflügelte Ausdruck, Wasserkopf, trifft hier echt zu Hey, das ist wirklich sowas von krass Es ist... Ich warte mal drauf, dass ich wirklich einen treffe Oder dass jemand so argumentiert Flo hat ja vorhin schon geschrieben, so er kannte einen, aber der so weird hat er gemeint Ich kann mir das nicht vorstellen Die Südhalbkugel wären gerade nach unten fliegen müssten Und das würde man in einem Flugzeug sitzen auf jeden Fall merken To Melbourne for a cup of cheeto with that brigade I didn't do any notes guys Cause now if the lady let go to the trolley at the back of the airplane Checkmate, game's over World's flat Die Erde ist... Checkmate, game's over Lach weil die... Alter... Wir angeblich sonst so zur Arbeit gehen müssten und Schiffe auf der unteren Seite der Erde Kopf überfahren würden Klar macht Sinn Ey, yo, what the fuck? The electromagnetic energy, not gravity at all Gravity is a deception Dieser Ma... Oh, da krieg ich echt... Ich war... Also wirklich, die ganze Zeit fand ich's noch funny oder so, ne? Aber mittlerweile, wenn man sich mal sowas anhört oder man denkt so, dann krieg ich richtig Aggressionen dagegen Es ist wirklich... Es fängt so in der Bauchgegend an, ja? Und, ähm... Entwickelt sich so zu wirklich so nem... Äh... Junge, 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 Junge Ich find's krass, dass Leute sowas glauben und dann sich auch so krass zusammenrotten, gell? Und... Aber warum... Also jetzt mal... Gibt's denn auch deutsche Flat Earther oder so? Wahrscheinlich, ne? Das ist doch wahrscheinlich ein weltweites Phänomen Auf jeden Fall auf der Oberseite Aber, ähm... Ich hab so das Gefühl, das sind nur die Amis oder die Australier oder so oder halt... Ich weiß nicht wahrscheinlich, das ist wirklich weltweit, gell? Aber das ist verrückt Man, formuliert an seiner... Es wär cool, wenn er da jetzt irgendwie so... mal so, keine Ahnung, europäisch oder halt jetzt deutsche Flat Earther irgendwie drin hätte oder ob man sowas findet Dreckige Schranktür, das... Wahrscheinlich ist es einfach nur so ein Zahlengame, ja? Je proportional größer irgendwie ne Bevölkerung ist, desto mehr von diesen krassen Randgruppen findest du wahrscheinlich Die Erde flach sein muss, weil Gebäude auf einer runden Erde wegen der Krümmung in der Luft stehen würden Sie sch... Gebäude auf einer runden Erde wegen der Krümmung in der Luft stehen würden Ohhhh... Ja... Das hab ich nicht... Das hab ich noch nie gehört Das ist lustig This guy thinks buildings are thousands of kilometers long Laut diesem Bild ist die Erde flach Denn wenn dieser Helikopter für zwölf Stunden in der Luft stehen bleiben würde Er doch eigentlich auf der anderen Seite des Planeten wieder rauskommen sollte Es gibt keine Gravitation Bis heute nicht Das musst du mir erklären Klingt interessant Kein Bock Okay Hier hat eine Rakete angeblich die Kuppel getroffen Oh nein Die NASA traut sich nicht aus dem Weltall an Australien ranzusuchen, weil sie sonst bestätigen würde, dass in Australien alles auf dem Kopf steht Ihr müsst mir mal wirklich in den Chat schreiben, was euch davon überzeugt hat Also bei mir, weil ja wirklich das mit den Gebäuden in der Luft stehen würde, das war richtig nah dran Ja Aber Viele Flachkopf steht Viele Flacherdler kommen auch aus dem christlichen Bereich Weiß ich hin Finde den Zusammenhang Ohhhh Manche Bibelpassagen eine Flacherde rein interpretieren lässt Was auch der Grund ist, warum man die Bibel nicht als Wissenschaftsbuch nehmen sollte, was Echt net? Was auch der Grund ist, warum man die Bibel nicht als Wissenschaftsbuch nehmen sollte, was leider auch heißt, dass man mit einem einfachen Holzstab keine Meere spalten kann Nett Hey, was machst du da? Fick dich Die naheliegendste Ah ne, schade Die Frage bei der ganzen Sache bleibt natürlich noch offen Wo ist der Abgrund? Die am weitesten verbreitete Meinung ist, dass die Erde von einer riesigen Eismauer umgeben ist So etwa wie die aus Game of Thrones Nur Das wär Oh Dass die Eismauer Mauer von der Regierung bewacht wird und jeder, der sich auch ihr nur 100 Meter nähert, gnadenlos erschossen wird Was ist am Ende? Well, sie lassen sich nicht da nicht Ein enormes 200-Foot-Eis-Wall, die die Oceans in Level und Flat Der Nordpol ist eigentlich im Zentrum des Flatdiskurses Das macht Sinn? Nein Aber er ist doch glaub ich, er ist doch glaub ich, äh, hier der, wie heißt denn der, der Troll doch hier, ne? Den kenn ich doch irgendwoher Eine Bibelstelle, in der steht, dass bewaffnete CIA-Agenten der Regierung mit einer AK-47 am Eisrand stehen, um die Menschen daran zu hindern, den Abgrund der flachen Erde zu entdecken, habe ich leider nicht gefunden Boah, das macht voll Sinn, das macht wirklich voll Sinn Wir fragen ja uns ständig, so gibt's Area 51 und bla 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 und so, aber das sind die wirklich wichtigen Fragen My crew is big and it keeps getting bigger, that's cause Jesus Christ is my Mensch, oh Pfff Das glaub ich jetzt nicht Das glaub ich jetzt nicht Ey Oh Oh, wisst ihr, oh, oh, ich hab gerade zu lange reingeguckt hier, oh, ist das bei euch auch so der Effekt, wenn ihr da zu lange reinguckt, dann so dann verschwimmt das reale Bild, oh, die Flat Earther übernehmen mein Hirn, ey, oh Und dann den Ab Oh, besser, habt ihr das eben gerade auch gehabt, das war total der krasse Effekt, ich hab gedacht, ich verliere jetzt meine Sicht und, äh, Jesus erleuchtet mich, erleuchtet mich Was ist denn das? Habt ihr das gehört, der Rap? Wunsch der flachen Erde zu entdecken, hab ich leider nicht gefunden My crew is big and it keeps getting bigger Pfff Das is echt crazy That's cause Jesus Christ is my Menschheit verarscht mit Geschichten über den sogenannten Südpol oder Expeditionen zum angeblichen Südpol gemacht Da haben wir ja Ich hab gefragt, gibt's Deutsche, hier ist er Alles Bullshit Weil es keinen Südpol gibt, der unten an einer idiotischen Kugel kleben soll Vater, hast du wieder deine Pillen nicht genommen? Und wenn man sich ein wenig mit den Theorien der Flacherdler beschäftigt, merkt man, dass die meisten selber nicht so wirklich wissen, wie denn jetzt eine genaue Karte der flachen Erde aussieht Das ist das, was die Community anders macht Das ist das, was die Community anders macht Das ist das, was die Community anders macht Hat jemand aber auch schon so ein bisschen am Schokomilchflaschen geschnuppert heute Morgen Das ist das, was die Community anders macht In dieser Flat-Earth-Version gibt es nicht mal ein Hey, okay, was ist denn das Lieblingsgericht von Flat-Earthern? Einen Eisrand, was wahrscheinlich die regelmäßig verschwindenden Fischerboote im Bermuda-Dreieck erklärt Brasilianische Flat-Earth-Forscher haben nach jahrelangem wissenschaftlichem Arbeiten dieses Modell von der Erde in die Welt gesetzt und anscheinend ist Precht noch ein unentdeckter Kontinent, wo die Regierung was auch immer an geheimen Experimenten durchführt Na endlich, ein Toast, der immer auf die richtige Seite fällt The whole thing Das wär richtig Ich ess kein Toast Das ist so wahnsinnig, gell? Die ganzen Theorien, die ganzen Sachen so in ein Video rein, das ist so wild The thing is Gaia, but the top is Atlantis Aha In dieser Karte gibt es eine... What? Moment mal The top is Atlantis Okay, genau Okay, das ist die Karte, okay, wir haben Polaris Ja, das Allsehne-Auge Die Mondphasen Okay Cost by Black Sun Illumination Mhm, 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 mhm Man beachtet die mathematischen Zeichnungen und Angaben und Opening Black Sun, ach so Die schwarze Sonne ist da unten Okay Boah, Leute, das macht echt voll Sinn Jetzt, da ich das sehe, ist es voll gut, dass ich aufgeklärt werde Ah, ich hätte ja da noch wirklich... Ich hätte es ja nicht rausgefunden Summerland Was ist dann das, ey? Das ist ja überhaupt so belohnt Ach du meine Güte Das ist wirklich... Das ist krass, gell? Glauben die das wirklich, ja, ne? Bei dieser Karte gibt es eine riesige schwarze Sonne, die die Erde von unten anscheint Three suns, three moons With Mercury in the middle acting as both a sun and a moon Dieses Modell besitzt nur einen einzigen riesigen Kontinent Ein Modell, auf dem die Hälfte der ganzen Weltpopulation einfach fehlt Und dieser Ersteller hat auf jeden Fall ein paar Substanzen zu viel zu sich genommen, bevor er seine Karte designt hat Los, komm hier Locker, locker, locker Ui, 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 ui Ui, 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 ui Wetten, der verkauft die irgendwie für 10 Dollar das Stück oder so Ich glaube, die Flat Earther warten nur auf irgendwie so einen neuen Artist, der irgendwie so ein neues, so eine neue Erde, also so eine neue Theorie einfach aufstellt und so visualisiert und dass die sich dann wieder drauf stützen und sagen so, oh ja, stimmt, so ist es. Ich kauf das. Hey Leute, grüß euch im Chat. Wir gucken gerade das Tools Video und es ist wirklich ein Fiebertraum. Auf das Suche nach einer flachen Erde. Der Kuppel einfach ein enorm riesiges Wasserbecken und Lars seht ja auch am Himmel die ganzen... Der war richtig auf Truxy, oder? ...bevor er seine Karte designt hat. Sutala loka, Atala loka, Jambut Vipa. Ocean of Milk. Ocean of Milk. Laut diesem Modell ist über der großen Kuppel einfach ein enorm riesiges Wasserbecken und Lars seht ja auch am Himmel die ganzen schwimmenden Haie. You're gonna go through the water beyond the firmament in a submarine. Viele Leute glauben auch, dass es über der großen Eismauer hinaus eine weitere riesige Welt gibt, die uns normalen Menschen noch verwehrt bleibt. Okay. What if there's other civilizations here? What if these are where the controllers of the world live? Okay? What if... Zum Beispiel die große Eisballtheorie, also die flache Erde auf einer riesigen, runden Eiskugel. Und ich glaube, das ist so etwas... Es ist geil, wie sie dann doch im Endeffekt doch sagen, dass wir ein Friedensangebot zwischen Flat und... Ich wollte gerade sagen, das ist doch so, dass sie irgendwie jetzt behaupten, hey, die Erde ist flach, aber dann doch rund, weißt du, so... Ihren Willen durchsetzen wollen wie so ein kleines, bockiges Kind. Wusstet ihr, dass unsere Welt nur eine von vielen in einem großen und heiligen Weltenkomplex ist? Right there. These are other pawns with their own sons. Keine Ahnung, warum auf dieser Karte die Isis einen Kontinent bekommt, aber es ist aber wahrscheinlich nichts Gutes. What, what? In der Mitte vom heiligen Karussell... Das ist schon echt grenzwertig, aber mir gefällt es. Ich weiß nicht, was es ist, aber die Video... Also ich kenne jetzt nur das jetzt, gell? Aber das ist wirklich funny. In der Ozean gibt es einen riesigen schwebenden Kontinent, wie bei fucking Avatar oder diesem Ghibli-Kinderfilm, auf dem antike Laserschießende FBI-Roboter gehortet werden. Auf diesem Kontinent leben Harpien, die wahrscheinlich ziemlich coolen Loot-Jobben werden, wenn man einen von ihnen tötet. Ja, ohne Witz, das war... Entschuldigung, wie früher immer so, gell? Die Harpien, das Harpien-Nest... Slayen... Falschdenken... Bei, äh, hier, Orgrima, wenn du rausgelaufen bist, waren auch die Harpien hier im Binde nicht ständig verreckt mit Level 10, so. Giganten, von denen man lieber Abstand halten sollte. Oh, look at the fucking Boo-Boy! Natürlich aber auch bekannte Namen, wie Atlantis, der Garten von Eden, das große Imperium Asgard oder Kokain mit schlechter Rech... Kokainet? ...Garten von Eden, das große Imperium Asgard oder Kokain mit schlechter Rech... Schneid's, definitiv. ...Schreibung... Und wenn ich mir diese riesigen Karten genauer angucke, muss ich wirklich sagen, Konzepte sind wirklich, wirklich cool. Ich meine, ein Kontinent hinter der Eismauer in Form einer riesigen Schlange. Ich würde mich darüber freuen. Einmal nach Jotunheim, bitte. Vielleicht gibt es hinter der Eismauer auch einen zweiten Eiffelturm, der auf einem riesigen Frosch steht. Oder ein zweites Berlin. Wobei, das wäre nicht wirklich cool, das wäre grausam. Ich sag's nicht. Ich würde gerne... Was war das, Freunde? Das kenne ich noch nicht. Äh, ich sitze noch mal in den Kurs... Karls Erdbehof, geil. Oder was ist das? Kennt ihr das? Das gibt's bei uns auch hier. Also nicht nur da oben, das ist lustig. Oder nee, stimmt gar nicht, das gibt's nicht. Habe ich das gesehen, als ich in Berlin war oder so? Kann sein. Ich würde gerne in einer Welt leben, wie bei Attack on Titan und hinter der riesigen Mauer aufs Eis irgendwelche coolen neuen Technologien entdecken. Das wäre wirklich geil, oder? Wenn es mal wirklich so was da gäbe, was... Das ist auch das Beste. Wenn jemand mit der Theorie oder mit der Verschwörungstheorie um die Ecke kommt, so, dann wäre das doch voll geil, wenn die dann irgendwie sagen, guck mal, da gibt's nur Technologien oder irgendwas, was die erfunden haben. Das gibt's bei uns nicht. Aber das ist ja immer so eins zu eins Copy-Paste, ne? Da ist ja nix, was es da bei uns nicht gibt. Deswegen ist es immer super fragwürdig. Genauso wie in den Aliens, ja? Warum müssen die Aliens immer wie Menschen aussehen oder so eine humanoide Form haben, so? Das ist irgendwie strange. Ohne dabei von einem Titan gegessen zu werden. Um die anderen Kontinente freizuschalten, müsst ihr erstmal Level 120 erreichen. Ein Land voller McFlurry-Maschinen, die niemals kaputt geht. Ah, die niemals kaputt gehen. Okay, ich wollte schon sagen. Die wird immer funktionieren. Was kommt als nächstes? Die Season 7 Fortnite-Map? Oh, da... Und ja, es gibt tatsächlich in der Antarktis eine riesige Eismauer. Doch wenn du diese passieren würdest, würdest du irgendwann in Meckleburg-Vorpommern wieder rauskommen. Und wenn euch diese ganzen Fakten nicht überzeugt haben und ihr euch doch für die blaue und ernüchternde runde Erde-Pille entschieden habt, dann habt ihr das Glück, jetzt ein paar neue Erkenntnisse der Wissenschaft zu genießen. Die Erde ist rund, weil Schiffe... Oh, schön. Das ist schön. Das ist schön. Okay, das heißt, wir haben jetzt die ganze Zeit so ein bisschen, äh, ähm, ja, das Schwurbeln der Flat-Earther gehört. Und jetzt kommen die Facts. Auf dem Meer, je weiter sie wegfahren, wegen der Erdkrümmung langsam aber sicher am Horizont verschwinden. Hilfe! Wir ertrinken! Warum hilft uns denn niemand? Selbiges gilt auch für Windturbinen oder die Sonne, die jeden Tag... Oh, hilft uns denn niemand? Selbiges gilt auch für Windturbinen oder die Sonne, die jeden Tag aufs Neue in wunderschönen Farben langsam die Nacht einläutet. Oh nein, ich ertrinke. Wie funktionieren Flüge auf einer flachen... Ist nicht, weil die Erde sich dreht und so, oder, ne? Ne, 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 ne. Die geht unter, die Sonne. Erde. Ich mein, wisst ihr noch damals, als Japan Pearl Harbor angegriffen hat und tagelang erstmal um die komplette flache Erde herumfliegen musste? Wir sehen von jedem Ort der Erde, alle die gleiche Seite vom Mond, was auf einer flachen Erde wegen der Perspektive offensichtlich nicht funktionieren würde. Wait, what? Ohne Witz, das ist so geil. Das ist auch hier Dark Side of the Moon. Äh, gibt's ja im Prinzip gar nicht. Das fand ich auch so geil. Äh, es gibt so viele coole Sachen, so Facts, wie man das, äh, widerlegen könnte, aber das ist schon wild. Das ist wirklich schon wild, ey. Erde ist rund, weil man von verschiedenen Orten unserer Welt in der Nacht unterschiedliche Sternenformationen sieht. Wow, ich erzähle euch gerade etwas, was man schon mit zwölf Jahren weiß. Wie soll NASA bitteschön die Videos vom All und der Mondlandung mit CGI gefakt haben? CGI Image. Wenn's CGI vor 50 Jahren so aussah. Geil. Ohne Witz, ich würde geil in einem aktuelles Musikvideo sehen, wie so eine Animation. Ich finde das irgendwie voll geil. So. Die Erde ist rund, weil es ein Video gibt, wo Tom Scott ein Brot ins Weltall geschickt hat und die Krümmung der Erde selber aufzeichnen konnte. Uh. Gott ein Brot ins Weltall geschickt hat und die Krümmung der Erde selber aufzeichnen konnte. Sometimes it's okay to cause a little bit of drama. It caused the worst nuclear accident in Humanity's history. I offer three Bitcoins for one globe proof. War universe was in a hot dance thing, the nearly poor Bitcoin billionaire. Und nehmen wir jetzt mal an, wir könnten uns ein Universum angucken, indem unsere Erde Also ich würde sie nehmen, oder? wirklich flach ist. Wir würden bei einer Mondfinsternis das hier sehen, oder vielleicht das hier, oder das hier, je nach... Mario Shaped. Das war noch das Beste. Euiuiui. Euiuiui. Ich finde es aber gut, dass er versucht, so ein bisschen Aufklärungsarbeit zu leisten. Ich finde es krass. Ich finde es ja immer so, wenn man solche Videos macht oder so, dann ist man ja auch oder läuft man ja immer Gefahr, dass es den einen oder anderen geneigten Zuschauer da draußen gibt, der sich denkt, hm, warte mal, aber was ist, wenn es dann doch so ist? Aber hoffen Sie sich nicht im Ace-Quad-Chat. Ihr seid keine Flat-Earther, oder? Oder muss ich hier nochmal einen Test machen? Ich glaube, das wäre meine krasseste Folter, wenn es die ganze Zeit hell ist. Ich hasse das, gell? Ich mag auch, ich mag wirklich, ich brauch's Pitch Black. Wenn ich schlafe, dann muss es dunkel sein. Und wenn ich mir dann vorstelle, ist es die ganze Zeit hell draußen und ich würde ausrasten. Das Zentrum der Gravitation wäre bei einer flachen Erde genau hier. Heißt, alles würde zur Mitte gezogen werden. Regen, der einem frontal entgegenkommt. Bäume, die schief auf der Oberfläche wachsen. Wasser wäre primär nur in der Mitte der Scheibe aufzufinden. Und je weiter du von dieser weggehst, desto stärker wird die Gravitation. Heißt, je näher du an den mit NASA-Turrets bewachten Eisrand kommst, desto eher hast du das Gefühl, dass sich eine riesige Kraft wieder zurückzieht. What if gravity isn't real? Ja, das wollte ich gerade sagen. Das brauchen wir aber, die Leute sagen, aber Gravitation gibt's gar nicht. Wir müssten also alle sehr zentral leben. Mitsamt der gesamten Masse des Ozeans, welcher schlagartig zum Zentrum fließen würde. Oder wir bauen Häuser. Wir wären einfach Meeresmenschen. Wir würden lernen, wie wir unter Wasser atmen. Auf der Kante der Erde, weil da die Gravitation halbwegs aushaltbar ist. Wobei das Ganze eh obsolet wäre, weil die Erde sich in so einer Form... Fragt ihr euch auch gerade, wie lange Jules für so ein Video braucht? Ich hab mir gerade überlegt, es sind sehr 46 Minuten, wie lange hockt denn der da dran? ... ziemlich schnell von alleine zerstören würde. Wenn die Erde flach wäre, würden diese Leute hier an eine runde Erde glauben. My uncle one time, he got in his boat, and I swear to fucking God, we never saw that motherfucker again. And I believe personally, that he sailed off the edge of the earth. Kurz mal zie... Jo, bei der Familie wohnert's mir schnell... Garetten holen. Und wie findet man am ehesten raus, ob die Erde rund oder flach ist, wenn man jegliche Art von Beweisen der Wissenschaft... Der Onkel hat es geschafft. Er ist aus dem Fang dieser Familie raus. GG. ... empirisch ablehnt. Man muss es selber testen. Das Experiment der Flacherdler war simpel. Man nehme zwei große Holzbretter und stellt sie auf einen langen und geraden Fluss. Beide versehen mit... Was? Zwei große Holzbretter und stellt sie auf einen langen und geraden Fluss. Beide versehen mit jeweils einem Loch. In der Nacht projiziert man ein helles Licht durch die beiden Löcher, welches Kilometer weit entfernt stand, sollte die Erde flach sein, auf der perfekt gleichen Höhe wieder rauskommen sollte. Sollte die Erde jedoch rund sein, müsste man das Licht höher halten und die Kamera könnte nur dann den hellen Lichtstrahl einfangen. Willkommen im Jahre 400 vor Christus. Geschweige dem Fakt, dass manche Leute schon während des Experimentes abgehauen sind oder dass sie in einem flachen Erde-Experiment bewiesen haben, dass die Erde rund ist, war dieser Test längst nicht das erste Experiment, was die Flacherdler auf die Beine gestellt haben. In einer Reportage wurde vor den Augen von Flat-Earfern ein Boot mit den logischerweise Stück für Stück verschwindenden Linien langsam in den Horizont gesegelt. Es ist so lustig, auch hier, ne? Die versuchen wirklich ohne Witz dann irgendwas sich aus dem Hintern zu ziehen, um das zu begründen. Die Möwe da hinten ist schuld, die hat das so... Es ist eine optische Täuschung, die Hitze... Anyone, raise your hand! They ask you how you are, you just have to say that you're fine when you're not really fine. Flat-Oerfer haben auch mehrfach angekündigt, einen Antarktistrip zu machen, um sich selber von der riesigen NASA-Eisbauer-Verschwörung zu überzeugen. Das wäre geil, wenn die das rausfinden würden, oder die das Internet, sagen wir mal so, das Internet rausfinden würde, ne? Wenn es sowas wirklich gäbe, ey, wie viele Trolls gäbe es dann, die sich dann verkleiden und einfach in die Anarktistrip mit so knifften und so zu machen. Pew, pew! Doch wurde das Projekt aufgrund fehlender Spenden auf Eis gelegt. Mit solchen Leuten zu diskutieren ist ungefähr so, als würde man mit einer Taube Schach spielen, außer, dass die Taube nach zwei Zügen anfängt auf das Brett zu kacken, wegfliegt und all ihren Freunden erzählt, dass sie das Spiel gewonnen hat. Ja, aber also nochmal, gell, der YouTuber oder so, das ist doch ein Troll, ne? Wie heißt denn der? Ich hab's vergessen, aber der macht ja lauter solcher Troll-Videos. Am einfachsten wäre es wahrscheinlich, wenn man einen Flat-Oerfer ins All schicken würde und er sich somit mit seinen eigenen Augen von der runden Erde überzeugen kann. Oh Gott! Und so eine ähnliche Idee hatte genau dieser Mann hier rein. Das hier ist Mike Uges, auch genannt Mad Mike. Der Name Mad Mike kommt wahrscheinlich daher, weil er auf die geniale Idee kam, sich selber mit einer selbstgebauten Rakete in die Luft zu schießen, um zu beweisen, dass die Erde flach ist. Von den Medien wird er als Verschwörungstheoretiker und naiver Flacherdler betitelt. Die meisten machten sich über ihn lustig, doch mithilfe von Spenden der Flat-Earth-Community wollte er eine Rakete konzipieren, die die Leute vom Gegenteil überzeugen sollte. Mad Mike wollte sich... Der hat sich nicht wirklich reingesetzt, oder? Selber ins All schließen! Was? Okay, ich bin jetzt maximal verwirrt. Hat er das wirklich gemacht? Oder hat er das so gefaked, rollt oder so? Es gibt es ja nicht. 5, 4, 3, 2, 1 Äh, what? Dein Ernst? Nun, abgesehen davon, dass... Okay, der hat überlebt. Ich meine, größte... Ich dachte, das gibt es ja jetzt wohl nicht. Dein Ernst? Ohne Witz, geil. Ohne Witz, wie du willst du sein, Mad Mike, ja. ...wenn mit einer selbstgebauten Rakete niemals so hochkommen könnte, um die Erdkrümmung zu sehen, kann es sein, dass Mad Mike ein sehr ausgeprägtes Raketen-Hobby hatte... ...und um seine teure Freizeitbeschäftigung auszuführen, sich als ein Flat-Earfer ausgegeben hat, um Spenden für seine Raketen zu bekommen. Das ist krass, geil. Ich meine, ohne Witz, das Beste wäre ja wirklich, wenn du die alle nur trollen würdest und würdest nicht wirklich selbst glauben. Ich glaube, du glaubst nicht, dass du das nicht glaubst und du willst nur einen freien Flugzeug aus dem Raum. A lot of people think that, you know. Uh-huh. Dann musste er in ein paar Interviews noch ein bisschen Schauspielern, ein flache Erde-Schild auf seinen Truck kleben, ein bisschen auf den Conventions rumalbern und voila. Mad Mike ist leider vor ein paar Jahren nach einem fehlerhaften Raketen-Start beim Aufprall tödlich verungl- Dein Ernst? Ich sag's noch. Er ist leider vor ein paar Jahren nach einem fehlerhaften Raketen-Start beim Aufprall tödlich verunglöst und bleibt seitdem als legendärer Madman in Erinnerung. Die Flat-Earth-Community und alle ähnlichen Gruppen, die sich sonst noch so im Internet finden lassen, lassen sich in genau... Ey, das ist krass, ne? Ich find's voll scheiße. Also wirklich, das tut mir ja auch leid, so. Es ist ja auch, äh, auch in so einem lustigen Video, muss man auch da mal ernst sein, zu der passenden Stelle und muss sagen, so... Das ist echt ein tragisches Schicksal, gell? Aber der hat's ja, der hat echt so... Ich mein, wer sitzt dich in so... Aber trotzdem ist es halt... Es ist schon crazy, ey. Fünf verschiedene Camps aufteilen. Why would they wanna fool you into thinking the Earth is round? I don't know. Dein geiler Raspberry Vanilla ist gleich leer. Hast du vielleicht ein Holy Code für mich? Oh, das ist mal eine sehr schöne Möglichkeit. Hey, vielen Dank für eure Follows. Vielen lieben Dank für die perfekte Einstieg. Also, ich hab hier einen Holy Hydration Strawberry, äh, äh, Strawberry Shark. Schmeckt wie ein Flutschfinger, ist geil. Strawberry, äh, Lemon Hydration von, ähm, Holy schmeckt auch richtig geil. Ich hab einen Code für euch, nämlich Energizer oder Energizer 5, oder? Äh, gerne mal den Link nutzen, den meine Mods gleich mal reinhauen werden. Oder den Link in der Description, falls du so ein Video siehst. Äh, ist wirklich nice. Also, Lemon Hydration ist mein Favorite, muss ich ganz ehrlich sagen. Dicht gefolgt von Strawberry Shark. Das sind meine zwei. Äh, Blaubeere Kokos, finde ich auch richtig nice. Aber Lemon Hydration finde ich persönlich mein Lieblings Hydration-Geschmack. Strawberry Shark, mein Lieblings, äh, Eistee-Geschmack. Äh, äh, Energy-Geschmack. Und, ähm, checkt den Link auf jeden Fall. Also, das ist, äh, gönnt euch, gönnt euch da mal eine Runde. Ey, cool, cool, dass du sagst. Das war jetzt aber eine schöne Überleitung hier. Guck mal hier, ich hab ja vorhin schon gesagt, die Placements von Jules sind richtig geil. Ich muss mal eine Gescheibe abschneiden. Liebe geht raus. Vielen lieben Dank, ey. Richtig, richtig cool. Ja, aber, ey, gönnt ihr auf jeden Fall. Das ist, Liebe geht raus, ey. Ey, Scott, ist es so süß, dass ihr an mich denkt? Jetzt mal ohne Witz. Das ist krass. Respekt. Und das ist so schrecklich. Als erstes gibt es die mental instabilen. Sie bilden die Basis der Flat-Earth-Community. Ihre größte Eigenschaft ist, dass sie nicht nur an eine flache Erde glauben, sondern auch ein flaches Gehirn haben. Flat, all the way. Flat Gang, baby. Flat Gang, baby. Glauben, sondern auch ein flaches Gehirn haben. Flat, all the way. Das ist Flat Gang, baby. Flat Gang? Ja, Flat Gang, all the way. Gott, wie er die trollt. Ey, der ist so geil. Channel 5, ich lieb den, ne? Früher war er noch All Guys No Breaks. Der Typ ist wirklich legendär. That's what. Adolf Hitler. Oh nein, bitte nicht, bitte nicht jetzt hier. Okay, die Grenze zwischen Flat Earther, Hardcore Christen und jetzt das, was jetzt kommt. Das ist echt eine wilde Kombo, ey. Das ist wirklich wild. Das ist ein wilder Geschmack. Das ist magisch nicht so. Es sind die, die wirklich aus tiefster Überzeugung an eine flache Erde glauben und sich in irgendeiner Weise besonders oder Teil einer größeren Community fühlen wollen. So sehr gefangen in Verschwörungstheorien, dass sie sich über die Jahre sozial abgeschottet und isoliert haben, weil sie glauben, sie würden als einziger verstehen, wie die Welt wirklich funktioniert. Klar. Und ich kann's verstehen. Because of my belief. My 18-year marriage created as a result. I see. And I'm a highly intelligent person. No longer. I doubt it. I can't speak to my parents, my brother or anybody else. Eine Familiendiskussion an einem Lagerfeuer im Garten über die Welt. Das ist ja, was ich vorhin gemeint habe, ne? Das ist wirklich so, keine Ahnung, voll die Weirdos und splitten sich von der Gesellschaft, von der Family, von den Partnern, von der Ehefrau, Ehe, whatever. Ehehund ab, so. Selbst der Ehehund wendet sich ab von diesen Familienmitgliedern und dann wundern die sich noch und dann kommen die in eine Gruppe rein und die feiern das halt so ab und dann kriegen sie wieder einen sozialen Kontakt. Also ich glaube, dass der Wunsch als menschliches Wesen nach sozialen Kontakten ist ganz, ganz krass, gell? Und ich find's aber, ich find's heftig, dass das keiner checkt, weißt du? Und die denken, sie wären im Recht und ich zieh das jetzt durch, auch wenn ich allein sterbe. Flache Erde, wie Matt Mike, so endet's dann. Aber das ist natürlich dann auch tragisch, ne? Das war natürlich jetzt so ein bisschen außen vor. Aber trotzdem, ich muss ganz ehrlich sagen, ich find's wirklich krass, dass sie das nicht checken, ey. Wenn jeder sich abwendet und die sind noch ganz alleine, die ziehen das durch. Sich ziehen nicht. Sie sollten mal die Energie in was Gutes stecken, weißt du? In soziale Zwecke oder so. Das find ich gut. Die würden richtig durchziehen. Hochgeschaukelt und der Flacherdler hat aus Wut einfach Möbel in das Feuer geworfen und das halbe Haus ist abgebrannt. Dann gibt es noch die Händler. Wow, ey, ist dein Ernst? Die Gruppe von Menschen, die auf verschiedene Weise Profit aus der Flat Earth Community herausschlägt. Schön gemolken. Seien es selbstgebaute und beleuchtete Flat Earth Modelle, T-Shirts mit einer flachen Erde oder ähnlichem drauf, mit denen man sich dann vor anderen Menschen blamieren kann. The Flat Earth Beef Jerky Soße oder überteuerte Tickets für Conventions, in denen man sich mit anderen Flat Earfern intellektuell austauschen kann. Uff, also ich bin ja froh, dass wir das am Montag nicht hören. Wenn wir so Rap Reactions machen, Metalheader zum ersten Mal, Flat Earth Rap, dann bin ich raus, Leute. Dann seht ihr mich eben 2-2-Train nach in die Antarktis fahren. Hey, die haben einfach unser deutsches Oktoberfest gestohlen und Flat... Nein, das machen die in Oktoberfest draus gemacht. Flattoberfest? I'm working... I'm working German food. I'm making German food. Was kommt als nächstes ein? Ein Flat... Das ist immer böse, ey. Das Pizza-Restaurant? Ich hab's ja vorhin gesagt, was ist das Lieblingsessen von Flat Earthern? Oh. Ich mein, ist Pizza sonst nicht flach? Oder wie genau soll man das verstehen? Time to deliver a pizza ball! Das erinnert mich schon ein bisschen an den Triple Down von KFC. Schau mal gesehen. Natürlich gibt es auch noch die Trolle, die nicht mal ansatzweise an eine flache Erde glauben, aber sich immer wieder von der Idee amüsieren, dass es da draußen wirklich Leute gibt, die die Form unserer Erde anzweifeln. The Earth is flat. Prove me wrong. Mountains. Jagliche Communities im Internet... Ey, ohne Witz, das ist ein... Mountains, das ist wirklich... Das müsste eigentlich so der Stream-Ender sein für die, beziehungsweise das Argument, ja? Seines Flat Earth-Gruppen auf Discord, Go-Subreddits oder Twitter-Seiten sind mittlerweile ein Sammelplatz für Memes über die flache Erde geworden. Ohne Witz, Gono, das ist dann... Oh ja, Turntables, ey. God is a DJ, ich sag's ja. Da es allein rein statistisch wirklich schwer ist, einen Flacherdler mal in seinem natürlichen Habitat zu entdecken. Selbst kleinere Gruppen und Communities wurden mit der Zeit langsam unterwandert von schaulustigen Abenteurern und Trollen, die einfach nur ein paar Flat-Earther verarschen wollen. Und Mods are asleep. Upvote spherical Earth. Wenn die Erde flach ist, warum haben dann Katzen noch nicht alles runtergeschubst? Ey, du hast ja das Holy Starter packen können? Nice, ey, Liebe geht raus. Ohne Witz, das ist wirklich Liebe. Ich muss auf Nummer sicher gehen, ja? Und muss sagen so, hey, Holy Starter pack? Ziemlich nice. Ne, ohne Witz, ich steh immer noch dahinter. Ich find das wirklich saugeil. Ich hab das wirklich auch jeden Tag am Start irgendwie. Und das ist, das saved my ass, wie der gute Moneyboy sagen würde. Einfach, einfach Holy. Turn up. Ohne Witz. Wenn die Erde flach ist, warum haben dann Katzen noch nicht alles runtergeschubst? Wenn die Erde flach ist, warum haben... Das ist es. Das ist das Beste. Das ist das Beste gegen Arguments. Das ist wirklich so ein Pfeilfett gegen Argument. Warum haben Katzen dann nicht alles runtergeschubst? Wenn die Erde flach ist, warum haben... Ach so, wegen dem Eisrand? Ja, stimmt. Bruder, ich glaube, wir laufen im Kreis. ...dreht sich die Flacherde einfach nur extrem schnell und erwirkt somit den Anschein, dass sie rund sei? Wenn die Erde flach wäre, würde es einen Russen geben, der Klimmzüge an der Kante der Erde machen würde. Ohne Witz. Warte. Nein. Ist es echt? ...der Erde machen würde. Ohne Witz. Ich kenne mich gut mit Waffen aus. Oder die schon seit Jahren im Internet kursierenden Memes und Theorien darüber, welche Form die Erde denn noch so haben könnte. Kursierenden Mem... ...macht einen Test. Was findet Andi am besten von der Form? A, B, C, D, E. ...Dienes und Theorien darüber, welche Form die Erde denn noch so haben könnte. Wissenschaftler haben herausgefunden, dass unser Mond eine Banane ist. Und natürlich die sehr kleine, aber niemals zu vergessene Flat Mars Society. Dazu gehören natürlich auch YouTuber und Schaulustige, die regelmäßig Flat Earth Conventions besuchen, um sich einem Spaß zu erlauben. I think I'm coming out of the Flat Earth Closet. Oieieieieiei. Oieieieieiei. I really hate to say this. Oieieieiei. I think there's someone hanging right there. Oh, das war ja gottlos, ey. Das hab's selbst ich mitbekommen hier. Oder Stars, die ab und zu mal in den Raum werfen, dass die Erde möglicherweise doch flach sei. That was a joke about the world being flat, right? Was it? Na, ha, 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 ha. Weder noch. Nein. Warum, warum, warum hab ich das irgendwie mit meinen Spidey-Senses gefühlt? Unterhalten muss. Oder flach. Weder noch. Oder Xavier Naidoo, der Flacherde-Propaganda in seiner Telegram-Gruppe geteilt hat und seitdem auch mysteriö... Flacherde-Propaganda in seiner Telegram-Gruppe geteilt hat und seitdem auf mysteriöse Weise verschwunden ist. Dann gibt es noch die Hardcore-Verschwörungstheoretiker. Alles ist eine Lüge. Nur sie allein verfügen über Geheimwissen, zu welchen die anderen keinen Zugriff haben. Fake Evolution, du recherchst in Vakzinen, du recherchst in der Kulte und Bloodsacrifice, Antrenochrome. In 99% der Fälle glauben Flat-Oufer auch daran, dass die Mondlandung gefakt war. Okay, Schnitt. Wow, Neil Armstrong. Hey, Moment mal, sollten Sie nicht auf dem Mond sein? Dieser Flacherdler denkt, es wäre gesund, rohes Fleisch zu essen. Ein Video darüber, dass die Dinos nicht existiert haben. Nee, die haben noch gelernt, die sind noch ins All gekickt worden. Die Evolutionstheorie ist fake. Hitler lebt hinter der riesigen Eismauer. Australien, wer kennt ihn nicht, denn Stegoaria existiert überhaupt nicht, womit ich persönlich kein Problem hätte. Einer meint, es würde keine Wälder auf dieser Erde geben. Bro, what the fuck, ich meine, es sind Bäume. Eine flache Erde, die auf einer riesigen Weltenschildkröte platziert ist, taucht auch regelmäßig auf, wird aber schon seit hunderten Jahren verschiedenen Mythologien zugeordnet. Und war das nicht auch, äh, hier, damn, Terry Pratchett, äh, Discworld? War das nicht so? Terry Pratchett, Discworld? Ähm, no forests, only trees. Oh shit, ey, das war doch, oder? Hier mit, ähm, die Bücher, da habe ich mal früher da ein bisschen was gelesen. Scheibenwelt oder so, Discworld oder so, ne? Ähm, hey, vielen Dank. Mir macht es auch Spaß, mit euch zu reacten auf solche Videos. Es macht einfach unheimlich Laune. Ich finde es richtig, richtig geil. Schreibe doch gerne unten in die Comments, ja, nicht nur im Twitch-Chat, sondern gerne mal in die Comments, wie dir das gefällt. Also, ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe da eine ganz neue Welt entdeckt und ich feiere es mega ab. Ist dementsprechend leider genauso real wie Pegasus, das fliegende Pferd. Gute Nacht. Dass ein riesiger, muskulöser Mann unsere Welt hält, oder der supermächtige Zeus, der von oben Blitze auf die Menschen wirft. Ja, Mann. Ey, solche Videos sollten, ich glaube, Mords notiert euch das mal oder so. Oder erinnert irgendjemand an mich. Es gibt doch bestimmt solche, so Compilations im Internet, die nur solche krassen Naturunfälle oder so irgendwas, oder so eine Compilation von so, wie soll ich denn das nennen, von krassen Naturspektakeln. Ich finde sowas echt heftig. Um Blitze auf die Menschen wirft. Oder halt irgendwie so krasse wie vorhin der Typ mit der Handgranate im Auto oder jetzt hier der Blitz. Was, für deinen Geschmack stoppe ich nicht oft genug? Oh, da werde ich getrollt, aber hey. Eine verdächtige Überschneidung mit der Furry-Community, der Glaube an eine hohle und leere Erde und ganz viele andere Sachen, an die Flacherdler noch so glauben. Und ich meine, ich glaube, die denken sich dann, okay, ich habe jetzt die krasseste Verschwörungstheorie, dann nehme ich halt alle anderen auch noch mit, so ein Gacha-Game. So, ich bin ein Flat-Earther, also opte ich hier auch noch in alle anderen Verschwörungstheorien rein. Warum nicht? Gesunde Systemkritik ist ja irgendwo nachvollziehbar. Alles sammeln, alles sammeln. Es gab zahlreiche Verschwörungstheorien, die sich später in der Geschichte als wahr herausgestellt haben. Wie zum Beispiel dem Fakt, dass Tauben eigentlich nur mit Mikrofonen ausgestattete Drohnen der Regierung sind, die uns ausspionieren. Was? Dann gibt es noch die Flat-Earther-Oberhäupter, die gerissenste Gruppe von allen. Ich habe mich gefragt, wie hoch die Dome ist. Wie alt sind Sie? 12. Gut für Sie. Man sieht die gefühlt fünf gleichen Gesichter in jeder Doku oder Reportage, die über Flat-Earther gedreht wird. Ganz vorne dabei Mark Sargent. Leute wollen Fotos mit ihm machen. Er kriegt plötzlich enorme Aufmerksamkeit, kann plötzlich von der Flat-Earth-Community leben und Leute behandeln ihn wie ein Star. Diese Handvoll an Personen, die man regelmäßig in Interviews sieht, könnte man mit einer Kanone ins All schießen. Und sie würden immer noch behaupten, die Erde sei flach, weil sie tief drinnen eh schon lange wissen, dass sie falsch liegen, aber trotzdem weitermachen. Ich finde es aber echt krass, wirklich scheiße, dass es immer wieder Leute gibt, die andere ausbeuten, die leicht beeinflussbare Individuen ausbeuten damit. Weil es gibt halt Menschen, die suchen halt Anschluss. Und wir haben es ja vorhin schon so gesagt, wenn du halt ein Weirdo bist und du findest in einer normalen Gesellschaft irgendwie X an und hast halt einfach solche Charakterzüge an dir, dass du halt dann wirklich nur in diese extremen Randgruppen reinpasst, ist es halt hardcore verwerflich, dass es immer wieder Leute gibt, die diese Randgruppen dann auch ausbeuten. Denn wenn sie diese Lüge nicht weiter am Leben erhalten, würde auf einmal der komplette Freundeskreis verloren gehen. Man hätte keine Gemeinschaft mehr, in der man sich aufgehoben fühlt. Keine Leute... Ach so, wegen Flat Earths. Ich hab mir gedacht, was ist das für ein Signal? Aber ja, Flat Earths. Oh Gott, ist das dumm. ...die Fotos mit einem machen wollen. Keine Fanartikel, die man überteuert verkaufen kann. Mark Sargent. Der Mann, der stolz seinen eigenen Namen auf seinem T-Shirt regnete, wieder bei seiner Mutter einziehen. Und so wird die Lüge zwanghaft weiter am Leben gehalten. Long live Flat Earth. Thank you. Es gab nur einen einzigen Fall, wo ein Flat-Oufer sich öffentlich dazu bekennt hat, doch falsch zu liegen. Oh. The Earth isn't flat. Und dieser wurde auf Reddit... Was ist mit dem passiert? ...von den Leuten zu Recht wie ein Star gefeiert. Upgrades, Leute, Upgrades. Und so ist die Flat Earth-Community heute nur noch ein Auffangbecken für Verschwörungstheoretiker und Kleingeister geworden. Gesteuert von ein paar gerissenen Leuten, die wahrscheinlich längst nicht mehr an eine flache Erde glauben. Sie dachten, ich bin komisch. Wir dachten viele Monate, dass er sie nicht mehr alle hat. Wir waren früher auf einer öffentlichen Schule. Jetzt werden wir zu Hause unterrichtet. Der Harrow ist auch da. Schwerer Tobak, also wirklich, wenn man sich das überlegt, dass man da mit Menschen spricht. Und das ist ja jetzt nicht nur diese große Familie gerade gewesen. Das wirkt irgendwie ein bisschen wie Gehirnwäsche. Mittlerweile haben Flat Earth... Nur ein bisschen, nur ein bisschen. ...war auch TikTok entdeckt und gemerkt, dass die jüngere Generation alles glaubt, sobald GTA 5 Gameplay in der unteren Hälfte des Bildschirms läuft. Und so steigen auch die Suchanfragen auf TikTok über eine flache Erde so rasant an wie noch niemals zuvor an. Ich appreciate your input, but please, fuck off! YouTube und andere Plattformen haben nach der Peak Flat Earth Zeit aus 2016 angefangen, Videos, die eine flache Erde behandeln oder offensichtliche Verschwörungsgedanken beinhalten, mit einem Banner zu markieren. Ah ja, guck mal hier. Da ist er! Da ist der Banner! Okay? ...um irgendwie wieder gut zu machen, dass sie mit ihrer Plattform der Nährboden für Millionen heute existierende Flat Earfer waren. Mein Schatz. Und ich meine, irgendwo kann man den Gedankengang nachvollziehen. Die Wahrscheinlichkeit, dass solche Absichten... Guck mal, wie ein Grillhähnchen. ...extrakten Sachen, wie eine flache Erde existieren, ist gar nicht mal so weit hergeholt. Alleine der Fakt, dass wir existieren und die Erde genau die richtige Entfernung zur Sonne hat... Ist ein geiler Zufall, oder? Ich finde es auch jedes Mal wieder... Die Katze. Ich finde es jedes Mal wieder auch krass, wenn man sich mal vorstellt, was das alles für ein riesen Zufall ist. Und wir jetzt gerade in diesem Moment zusammensitzen, über Computer zusammen irgendwie uns austauschen, chatten, schreiben zusammen, Video gucken, irgendwie... Die richtige Größe, die richtige Masse, ein Magnetwelt, eine Atmosphäre und mehr besitzt, ist so unendlich klein. Und trotzdem sind genau wir heute auf dieser Welt. Milliarden Jahre nach der Entstehung von allem und... Oh, jetzt wird das Video noch richtig holsam. ...fragen uns, ob unser Planet rund oder flach ist. Es gibt leere Stellen in unserem Universum, die so riesig sind, dass wenn man sich in die Mitte dessen teleportieren würde, man in alle Richtungen nur das stockdunkle Schwarze sehen würde. Planeten, die nahezu perfekt ausschließlich aus Diamanten... Wisst ihr, was wir auch nochmal machen? Danke, Goldie, übrigens für den Link. Was wir auch nochmal machen, wir gucken uns nochmal ein Video an. Das ist mal gerade, das ist geil. Da gibt es so ein mega geiles Video vom Größenvergleich von Universum, also von den verschiedenen Planeten, über Nebel, über alles Mögliche. Da gibt es einen Channel, der hat das mal so gemacht. Das sieht so krass aus und das ist so übelst ein Mind-Dings da, ihr wisst schon. Das kann man sich nicht vorstellen, das ist so gut. ...bestehen Neutronensterne, von denen ein einziger Teelöffel so schwer wie ein ganzer Berg wiegen würde. Planeten, die der Erde von den Lebensbedingungen nahezu identisch sind, auf denen sich Lebewesen vielleicht schon längst geformt haben. Planeten, die nur aus Wasser bestehen. Ein Planet, auf dem es aufgrund der mineralen Wetterbedingungen, Rubine und Saphire regnet. Ein Planet mit einer Oberfläche schwerter als Kohle. Das Weltall ist... Oh stimmt, das ist der Wanta Black Planet, gell? Kennt ihr das? Wanta Black oder so? Wanta Black, Wanta Black? Das ist doch dieses schwarze, das komplett irgendwie alles, das komplette Licht absorbiert. ...regnet. Ein Planet mit einer Oberfläche schwerter als Kohle. Das Weltall ist so vielseitig. Und selbst wenn die Erde flach wäre, was wäre dann anders? Wir würden trotzdem immer noch alle zur Schule gehen, zur Arbeit fahren. Gefühlt gar nichts würde sich ändern. Wir bleiben immer noch... Ich würde immer noch streamen, ihr würdet immer noch zugucken. Dieser kleine Punkt, irgendwo in unserem Sonnensystem. Ein Sonnensystem, welches gerade mal ein winzig kleiner Teil eines riesigen Planetenkomplexes in der gigantischen Milchstraße ist. Die wiederum Teil von einem riesigen... Okay, Brain Melt in 3, 2... Ich warte auf den Trollmoment, dass er sagt, irgendwie, keine Ahnung, ein Katzenstreussand im Klohaus der Mietze ist. ...eines großen Ganzen ist, der weit über unsere Möglichkeiten hinausliegt. Hat das Universum eine Grenze oder ist es unendlich groß? Wenn es... Wisst ihr, welche Frage mich jedes Mal flasht, wenn ich mich frage, was liegt außerhalb des Universums, ey? Wenn du versuchst, da irgendwie so... Das ist jedes Mal zerbrechig an dieser Frage. Was unendlich groß ist, warum haben wir denn noch nie von anderen Lebewesen gehört? Wenn es eine Grenze gibt, was ist dahinter? Das ist genau die Frage, die ich gemeinte. Sind wir vielleicht die ersten oder die letzten Lebewesen im Weltall? Oh, das habe ich mich noch nie gefragt. Was, wenn wir die letzten wären? Das ist geil, die Frage. Oh, das ist instant Gänsehaut, oder? Findet ihr denn nicht auch die Frage, was ist, wenn wir die letzten einfach sind und alle anderen in dem kompletten Universum sind und einfach schon GG? Und wir sind nur so das Überbleibsel? Uff. Irgendwann wird unser Universum enden. Wir werden dann schon lange ausgestorben sein und haben gerade mal ein paar Jahre auf dieser Welt verbracht. Wir alle werden irgendwann nur noch Staub sein und danach wird nichts mehr passieren. Und krass, das bleibt für immer. Geil. Ich finde es geil. Wow, das war ein richtig schönes Video. Das war ein richtig schönes Video, meine Freunde. Wir haben den guten Schuhs geguckt. Wir haben auch nur 20 Minuten länger gebraucht als der gute Kronk. Pi mal Daumen. Das ist nice. Ey, Leute, wenn euch das gefallen hat, lasst mir doch gerne ein Abo oder ein Like da. Wir sehen uns im nächsten Video, Freunde. Bis dann, euer Andi. Bis dann, euer Andi.